Berlin! Oh, diese Stadt, die gleicht einem Rummelplatz. Und die Sterne am Himmel, die können sich schämen. Sehr geehrter Herr Fabian, die Firma sieht sich veranlasst, Ihnen unter dem heutigen Tage die Kündigung auszusprechen. Ich bin nicht unglücklicher als unsere Zeit. Willst du mich glücklicher machen, als sie es ist? So ein Donnerwetter. Wenn jeder so denkt wie du, dann wird nie stabilisiert. Fahrt auf! Fahrt auf! Fahrt auf! Fahrt auf! Fahrt auf! Untertitelung des ZDF, 2020